Hey Leute, was will ich tun? Wir laufen weiter in unserem großartigen Let's Play Folge Nummer 7. Ich denke mal, ich habe genug Erz angesammelt. Nein, ich habe nicht genug Erz angesammelt, um uns gleich die große, fette Rüstung von Diego zu erkaufen. Die kostet nämlich 1000 Ernst. Allerdings gehen wir doch mal zu Skip in den Waffenstore und verhökern mal unseren ganzen Scheißdreck, den wir dabei haben. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Alle seine Drohnen, glaube ich, aufgeschlossen. Also haben wir es eigentlich nicht gebraucht. Kavalons Schlüssel. Ja, den behalte ich jetzt erstmal, bevor ich jetzt irgendwie ein Fail mache und mir jede Menge Gold oder Erz durch die Latten gehen zu lassen. Naja, wir zaubern ja eigentlich nicht. Das ist jetzt der Drang, den wir von den Feuermargiern bekommen haben. Der bringt plus 5 maximales Mana. Wert hätte er allerdings 500. Wenn wir den jetzt rüber tun. Ja, klasse. Hat ja nicht mal einen vollen 500er Wert. Plus 5 Mana. Oder Geld. Ich bin geizig. Ich nehme das Geld. So. Höllenpilze. Weg, weg. Weg. Ah. Mir fällt gerade wieder was ein, Leute. Ich muss Fleisch braten. Sind wir wirklich bald bei der 200? So. Und das werde ich auch jetzt direkt dann tun, wenn ich jemanden ganz einen Scheiß verkauft habe, den ich nicht brauche. Oh, diese Scheiße da. Und wer zum Teufel will, dann Wasser. Käse bringt ja wenigstens noch was. So. Das behalten wir mal. Dann ein grobes Schwert und den restlichen Bullshit. Den Bogen behalte ich einfach mal. 610. Ein Kampfschwert, das definitiv besser ist als alles, was wir ja momentan kriegen könnten. Was ein bisschen bitter ist, muss ich sagen. Wenn man Gardist wird, was wir ja vorhaben, bekommen wir auch ein Garde-Schwert. Und das hat einen Schaden 32 von... Naja, im Prinzip können wir es dann wieder verkaufen, weil es uns nicht viel bringt. Wir haben dann quasi schon ein besseres Schwert. Jetzt nehmen wir das einfach mal mit. Das gefällt mir gut. Nehmen wir einfach mit. Und die restlichen Erzbrocken, die sahnen wir uns noch ab. Und vielleicht haben wir dann sogar genug Gold gesammelt. Warum sag ich Gold, sind die Erzbrocken? Das ist wohl Gewohnheit von den ganzen Spielen, die man sonst immer zockt, außer Gothic. Wie ein Liste mit der Schwanz im Mund. Aber wir können das grobe Schwert eigentlich auch noch verkaufen. Dann haben wir den Schmarrn auch nicht mehr im Inventar. Aber jetzt haben wir schon mal eine gute Vorlage. Wir haben ein supergeiles Schwert. Ich könnte dir ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. 20 Stärkepunkte stark, soweit ich weiß. Und wir haben ein... Ne, habe ich das schon erwähnt? Ist ein Meister des Schwertes. Gibt mir noch 50 Erzbrocken für das hohe Schwert. Eigentlich ist es ja mal ein totaler Spotpreis. Im Prinzip verdient man sich, glaube ich, 10 Erz, mit der ganzen Scheiße. Weil ich glaube... Na, doch Mann. Da geht es nicht. Weil ich glaube, ein Erzrohling... Nein, nicht ein Erzrohling. Ein stinknormaler Rohling für so ein grobes Schwert bei Huno kostet, glaube ich, 40 Erzbrocken. Hm. Man macht quasi jetzt 10 Erzbrocken Gewinn. So, ich will jetzt erstmal mein Köpfleisch braten. Brauche ich eigentlich eine Pfanne? Wo habe ich denn immer mein Fleisch gebraten? Vor meiner Hütte, soweit ich weiß. Aber jetzt gucken wir erstmal, was Taurus uns zu sagen hat. Für Gomez. Ja, für Gomez hat er uns zu sagen. Ich habe es geschafft. Jetzt bin ich Mitglied des Lagers. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Ab jetzt hältst du dich am besten an Diego. Zu Gomez oder Raven. Solltest du nur noch gehen, wenn du was wirklich Wichtiges zu sagen hast. Ja. Alter. Da hat ja den ganzen Boden noch voll geblutet. Den habe ich so richtig, richtig geil verdroschen. Ah, da ist so eine Pfanne. So ein Fleischparater 2000. Ich zähle jetzt einfach mal mit 118. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und dann auch wirklich was in den Schweren geklärt. Und dann auch wirklich was in den Schweren geklärt. Da machen wir mal. Da geht nicht so weit, ob wir uns geholt. 50? 50? Achtzig! Oh, ich bin jetzt bei 100! 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 Wir haben keine Chance gegen uns! Gegen mich! Gegen uns meine ich mich und mein Schwert! So! Hier sind wir! Schön weit weg von deinem Freund Diego! Ich soll dir schöne Grüße von Blattin bestellen! Das wird dir noch leid tun! Für Gomez! Das ist mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann! War ein guter Kampf! Aber jetzt ist gut! Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen! Hey Mann! Wir spielen beide dasselbe Spiel! Ich habe auch keine Lust in den Minenbuddeln zu gehen! Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen! Dann werde ich hier bald aufgenommen! Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben! Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich! Also was ist? Frieden oder weiterprügeln? Ich würde eigentlich sagen weiterprügeln, aber ich bin mal ein netter Junge und sag Frieden! Frieden klingt gut! Freut mich, dass du das Ganze durch meine Augen sehen kannst! Die Sache ist vergessen! Ab jetzt bin ich auf deiner Seite! Wenn du nochmal Ärger haben solltest, kannst du auf mich zählen! Schließlich schulde ich dir was! Oh, aber die anderen haben wohl eher die Arschkarte gezogen! Oh, alles noch mitnehmen! Schwuppdiwuuu! Schwuppdiwuuu! Oh, wieder dieses Blütenzeugs da mitnehmen! Seraphis! Ganz monoton um das Lager laufen! Vielleicht ein paar Scavenger jagen, die wir auf dem Weg finden! Dann durch den ungestützten Turm durch das Tor gehen, das die ansprechen! Und abspeichern! Das wäre jetzt der Plan, den ich jetzt gerade vorhabe! Wird es wahrscheinlich nicht ganz so nach Plan laufen! Weil da wahrscheinlich gar keine Scavenger mehr sind, die man verbrügeln könnte! Mein Gott! Ein monotones, langes Gelaufe! Ohne Monster! Gut, unsere nächste Mission ist klar! Wir bringen Dasti ins Sumpflager und werden uns dann mal darum kümmern, den Auftrag von Korkalom entgegenzunehmen, den er uns geben wird! Und zwar benötigt er Sekret von Minecrawler! Das kann ich ja schon mal vorspoilern! Die Sekret kann man durch die Zangen gewinnen! Und zwar haben die da ihr Gift irgendwie in so einem Giftsack, was weiß denn ich, den man rausschneiden kann! Allerdings gibt es ein Sekret, was mehr und höher konzentriert ist als das, was man in den Zangen findet! Und das befindet sich in den Eiern einer Königin! Kann schon sein, aber wen interessiert das? Und die müssen wir auch noch abschlachten! Ganz alleine! Für Gomez, ja ja! Haha, für Gomez, ja ja! Ich war am Lager der Sekte und hab Melvin getroffen! Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen! Hey Mann! Er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss da hin! Aber ich komme nie aus dem Lager raus! So? Warum nicht? Die Gardisten haben Spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will! Schätze, ich hab zu viel geredet! Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen! Und der will's jetzt von mir, oder was? Für Gomez, ja ja! Gut, er bräuchte 100 Erz, um die Wachen zu bestechen, und jetzt? Muss ich jetzt die Wachen bestechen, oder? Tut mir leid, aber ich hab die Quest so unglaublich selten gemacht! Ich weiß nicht, wie das jetzt funktioniert! Oh, lass mich doch da hoch! Will doch nur klettern! Uh, 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 uh! Für Gomez! Ja, für Gomez! Für Gomez! Für Gomez! Aber wen muss man denn da jetzt anschwischen? Für Gomez! Hi! Bewege deinen Arsch! Rein oder raus, mir egal! Hauptsache, du stehst mir nicht vor der Nase rum! Ich werd dich schon nicht belastigen! Ja gut, dann werden wir wahrscheinlich mal diesen Dschakal suchen, der hier mit seiner geilen Armbrust immer irgendwo rumlatscht! Kann schon sein, aber wenig! Grad konnte ich da noch irgendwie hoch! Verlass dich auf jemanden, wo du bist verlassen! Das ist immer! Und ich will diese Mission jetzt machen! Ich will ein leeres Questlog! Na, wo steht denn dieser... Jetzt! Da oben ist er! Für Gomez! Hm, vielleicht war das der Dialog! Für Gomez! Na, wie sieht's aus? Du kannst nach wie vor auf mich zählen, Kleiner! Gut, das war's doch nicht! Gut, wir haben 100 Erz! Wir könnten sie ihm auch geben! Nämlich würde es sie ihm auch geben! Allerdings... hat er darauf irgendwie keinen Bock! Für Gomez, ja, ja! Gut, vielleicht steht was im Questlog! Hm... Und lassen wir uns lieber um! Lass uns lieber um! Wen spricht man da jetzt an? Für Gomez! Für Gomez! Ja, ist ja in Ordnung! Mann, für Gomes, für Gomes. Hm, vielleicht kann Dexter was mit seinen Kontakten da tun. Für Gomes. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Ja, das war's halt. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass wir, wie soll ich sagen, bereits schattend sind und es nicht vorher gerafft haben, ihn da wegzubringen. Ich glaube, es liegt daran und deswegen können wir die Mission jetzt nicht mehr erfüllen. Oh, hat er genug Erzbocken für uns? Ja, er hat überhaupt nichts mehr. Ah, nee, dir verkaufe ich nichts. Hast ja nicht mehr Erz bei dir. Gut, dann lassen wir die Quest einfach mal links liegen. Ich mache jetzt einen Stopp. Punkt hier und sage auf jeden Fall bis zum nächsten Let's Play. Fünf Meter laufe ich noch, so. Also, bis zum nächsten Let's Play. Haut rein. Schönen Tag nach euch. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.